So, jetzt werden wir den Säum, den dunklen Fürst besiegen, da bin ich ja mal gespannt. Hallo? Ja, ich dacht schon. Okay. Mit Gewalt willst du das Schattenreich bezwingen, doch sie entstammt der Hölle. Sie ist unausweichlich. Ein Feuer, das die Schöpfung antreibt und Bestimmung verleiht, wo keine ist. Kämpfe, Svea. Ehre deinen wahren Gott. Kämpfe und zeige mir deine Bestimmung. Dunkler Fürst, Scharen zufügt. Kontere den dunklen Fürst, wenn seine Augen grün aufblitzen, um ihn zu betäuben. Mit dem Wächterhammer kannst du den betäubtlichen Effekt verlängern, bis du in der Reichweite des Schwertes nähere dich dem dunklen Fürst, aber nicht zu nah, um mehr Schwertangriffe zu progressieren und die Augen öfter grün aufblitzen lassen. Die schweren Bösen lassen beim Brotflächterhammer Energie fangen. Ah. Okay. Was? So, Alter? Ich bin gespannt. Alter. Ah. Okay. Bin mal gespannt. Alles klar. Ach du Scheiße. Der ist so krank. Okay, das kann hart werden. War ich da überhaupt g'schaden? Oh, was du sehen? Ich glaube, ich bin da mal was anderes. Was war das denn? Mist, wir treffen müssen. Fuck. Okay, ich brauche die Größe. Der ist nicht einfach. Okay. Der ist auf jeden Fall nicht. Ich werde ein bisschen brauchen. Ich muss immer in dem Moment treffen einfach. Das ist einfach der Punkt. Ah, okay. Ich muss ihn irgendwie schwächen. Das ist so schwer. Und beschwören? Was? Ich auch. Ich bin sicher. Wundershö erhalten. Kone Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Und dass ich die Feuerwehrmacht schmerzen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Der hat ja noch richtig Spaß hier an mir. Ich schwöre, dass ich da länger brauche. Eigentlich ziehe ich. Scheiße, daneben. Ja, ich habe ihm Schaden zugegeben. Wunderbar. Gut. So, haben wir noch einen? Der ist gar nicht so schwer für mich. Nö, das gibt. Fuck. Es ist hier. Ja. Scheiße. Okay. Scheiße, scheiße. Weg. Weg, weg. Er hat sich meine Energie geklaut. Ah. Oh, das ist eher so schwer. Ich bin hier ungern zu, aber das ist verdammt schwer. Ja, da muss man gut seine Eingriffe kontern. Und das ist ja ein Schwert eigentlich zu machen. Und das ist einfach der Punkt. Ah, so kriege ich ein bisschen. Ich darf seine Schwert eigentlich nicht berühren. Ja, da können wir nämlich auch noch die Eingriffe schützen. Okay, dann müssen wir auf die Zeit. Konzentration. Ja, der Wolf. 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 Boah. Wenn die Eingriffe zurückholt. Ich verstehe, dass das funktioniert. Nicht reicht. Echt viel. Ich glaube hier, wenn ich ein bisschen länger war, but isst. aber kein Problem. Boah weg von mir! Der kann nämlich mit seinem Kackschwert die Energie vermuten. Warum? Scheiße. Ich muss da ein bisschen Pressure arbeiten. So, jetzt fällt mir noch ein bisschen nötig so. Ein bisschen Brustung. Scheiße. Nur nicht anders. Fuck man! Du hast schon einen Charly gemacht. Ich mache noch einen Charly-Kack-Kick. Ich gebe noch einen Charly-Kack-Kick. Sieh war ein Charly-Kick. Ich habe eine Schreile-Kack-Kick. Sieh hatte schon einen Charly-Kack-Kick. Warum würde ich das denn immer machen? Nein, nein, nein. Boah, heftiger Tschüss, heftiger Tschüss. So, jetzt sehen wir. So, jetzt treffen wir in den Giga-Touch. Okay, let's go mein Freund. Der Arsch sich geschützt, ey. Nur ein Penner. Komm. Das ist doch mal echt. Okay. 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 Das ist mein Gesicht. Das ist mein Gesicht. Natürlich hab ich irgendwie geschützt. Mein Gesicht ist auch wieder rum. Das irgendwie ist drauf am Ende. Und das bestimmt auch so, dass man schafft. So. Kann doch nicht so schwer sein. Das ist nicht easy. Aber der ist cool. Fällt mir so. Schau mal auf. Fick. Nicht getroffen. Hat doch schnapps gesoffen. Entschlängst. Ich habe noch einen Wolf. Kommt, die Kieler, Wolf. Oh, wie schön. Nein. Mann. Ich kriege das nicht hin, Junge. Warum? Warum? Wie ist man hier? Ich kriege das nicht hin. 10 Minuten probiere ich noch und dann muss ich mal gucken, ob ich das rauskriege. Das müsste sein, was möglich ist. Ich muss in dem Moment gleich schießen und das Termin. Das ist jetzt komplett dumm. Das ist nicht möglich, ey. Ich krieg das nicht hin. Fuck, Mann, ey. Komm, Mann. Komm, Mann. Ich will das nicht hin. Das ist gar nicht. Das gibt es nicht, ey. Das ist verdammt schwer. Ich hab das echt irgendwann zu, aber... Ich glaube, der hat mehrere Stufen. Ich vermute das nicht. Ich versuchze, Mann. Ich versuchze, Mann. Ich versuche, Mann. Ich versuche, Mann. Es wird doch viel über das. Weg, weg von mir. Okay, der wird noch interessant. Ich bin mal gespannt. Nicht das, was ich richtig vermute. Nein, für mich ist es mal vergessen. Na komm. Irgendwie muss das ja reden. Ey. Nein. Hast du mir doch mal einen Wolf beschweren? Ja, das Wolf. Perfekt. Heck! So, einen brauche ich noch. Ne, reicht der. Ich glaube, man wird es tatsächlich viel ändern. Eigentlich finde ich das wiederum ziemlich interessant. Aber dennoch schwer. Ich hoffe mal, ich kann rauslaufen. Ich will das noch ein bisschen spannend machen. Ich will das noch ein bisschen spannend machen. Ich treffe es nicht mehr, ich fasse es nicht. Das ist gar nicht so einfach, den zu begreifen oder gebraucht. Komm, mach den titiler Wolf jetzt hier. Okay, nicht mehr die letzte. Das ist ja das Erbärmliche. Aber komm, ich kippe ihn nicht auf. Ne, das ist ein zweiter Partner. Warum? Oh, Mann! Stürb, Slayer! Wurre, Scheiße! Wow! Am I... Am I so near? Am I so near? Am I so near? Das gibt es doch gar nicht. Oh, der Tequila Wolf. Beschweri. Das gibt es einfach nicht. Wie kriege ich das nicht hin, ey? Mann! Ist das ein Ruhr? Dieser Boss ist wirklich ein Ruhr. Ja. Komm an, Mann. Das ist ein Ruhr. Das ist ein Ruhr. Das ist ein Ruhr. Ach, numberinein. Der Mann! Du hast ein Ruhr. Das war's für heute. Na komm. Irgendwas muss man hier, um den aufzureißen. Ne, das muss ich immer noch ein bisschen geschickter machen. Jetzt spiele ich ja richtig einen Haufen Kacke einfach. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, weg So, wir haben nur noch ein bisschen geklaut Komm schon, komm schon Beschleun, ein tickener Wolf Los Das war so cool Du möchtest mich doch ein Arschloch wieder Das ist ehrlich Das gibt es nicht Fuck you, fuck you Run, 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 run Hey, first Sag mal, ey Ich schaff das nie, du willst Ich schaff das nie, du willst Ach man, und nochmal Ätzen Wirklich Das ist echt nie Der Boss ist scheiße Ich muss mich aufbauen Ob ich mich anders will Irgendwie schon So schaffe ich den echt nicht Das ist für mich auch geil. Ich kenn's ja nicht. Ey, warum? Ich kauf den einfach nicht. Wisst ihr was, Leute? Ich schaff's nicht. Ganz ehrlich, ihr habt euch jetzt mal kurz gesehen und beim nächsten Mal werden wir das Finale machen. Das hat keinen Sinn. Das hat nur Sinn. Ganz ehrlich. Naja, ich hoffe es hat euch bis hin gefallen. Das war jetzt ungefähr eine Stunde, wie ich geplant hatte. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt, ein Abo und eure Meinung. Beim nächsten Mal besiegen wir die dunklen Fürsten. Und das wird vielleicht noch zwei lange Parts geben, weil dieser Kampf mega ätzend ist. Und ich werde immer aufscreen bis dahin ungefähr zocken und dann guck ich mal, ob ich das denn schaffe. Das mach ich aber wahrscheinlich so Ostern rum. Ja, weil so hat das geklärt. Ich danke mich fürs Zusehen bis hierhin und es würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lest. Haut rein, bis dann.